Die Refektosil Wimperndauerwelle mit Kollagen und Cystein verleiht den Wimpern einen wunderschönen Schwung, der die Augen größer wirken lässt und den Blick Ausdruckskraft verleiht. Dabei werden die Wimpern gleichzeitig gepflegt. Anders als bei mechanischen Methoden wie der Wimpernzange und durch die spezielle Pflegeformel mit Kollagen und Cystein, formt die Refektosil Wimperndauerwelle die Wimpern sanft und der Schwung hält bis zu sechs Wochen. Kollagen ist eines der am häufigsten vorkommenden Strukturproteine im menschlichen Körper. Gemeinsam mit der Aminosäure Cystein, welche maßgebend am Haaraufbau beteiligt ist, verwöhnen diese Wirkstoffe die Wimpern bereits während der Behandlung und lassen sie gepflegt und voll erscheinen. Die Anwendung ist einfach und sicher und nimmt circa 45 Minuten in Anspruch. Mit Hilfe von Rollen in vier verschiedenen Größen erzielen Sie für jede Kundin unabhängig von Wimpernlänge und Wimpernform den perfekten Wimpernschwung. Mit der Refektosil Wimperndauerwelle bieten Sie in Ihrem Salon eine neue Dienstleistung an, die Ihre Kundinnen begeistern wird. Jetzt zeigen wir Ihnen die drei Schritte zu traumhaft schönen Wimpern. Zuerst bringen Sie die Wimpern mit der Refektosil Wimperndauerwelle in Form. Anschließend färben Sie die Wimpern mit Refektosil Augenbrauen und Wimpernfarben. Beachten Sie, nach Anwendung einer Wimperndauerwelle gilt für die Wimpernfärbung eine verkürzte Einwirkzeit von nur zwei Minuten. Zur optimalen Pflege von gewählten und gefärbten Wimpern tragen Sie zum Schluss das Refektosil Long Lash Gel auf. Täglich angewendet, nährt, kräftigt und pflegt es Wimpern intensiv und schenkt wunderbaren Glanz. Führen Sie vor der Behandlung einen Allergietest durch. Zunächst sind Kontaktlinsen zu entfernen. Dann reinigen Sie den Augenbereich mit dem Refektosil Augenmakeup Entferner. Um eine optimale Haftung der Wimpernrollen zu ermöglichen, entfetten Sie anschließend die Augenlider und Wimpern mit der Refektosil Kochsalzlösung. Abschließend mit einem Kosmetiktuch trocken tupfen. Bürsten Sie die Wimpern vor der Behandlung kurz durch, um die einzelnen Wimpern voneinander zu trennen. Zur Vereinfachung können Sie die extra erhältlichen Refektosil Silikonpads auf den unteren Wimpern platzieren, um diese abzudecken. So stellen Sie sicher, dass Sie später ausschließlich die oberen Wimpern auf der Wimpernrolle fixieren. Je kürzer die Wimpern und je stärker der von der Kundin gewünschte Schwung, desto kleiner wählen Sie die Rollengröße. Es gibt vier Größen von Wimpernrollen. Die Größe S ist für kurze Wimpern geeignet, M für mittellange Wimpern, L für lange Wimpern und XL für sehr lange Wimpern. Hier einige Tipps zur Auswahl der richtigen Rollengröße. Erstens, Sie haben die richtige Rollengröße gewählt, wenn die Wimpern die Hälfte des Rollenumfanges bedecken. Zweitens, ist die gewählte Rolle zu klein und die Wimpern zu lang, ergibt sich ein u-förmiger Schwung. Drittens, ist die gewählte Rolle zu groß und die Wimpern zu kurz, ergibt sich kein oder ein zu schwacher Schwung. Entnehmen Sie der Folie eine selbstklebende Wimpernrolle. Berühren Sie dabei nur die Enden der Rolle, damit sie ihre Klebeeigenschaft nicht verliert. Durch mehrmaliges Biegen bringen Sie die Wimpernrolle in eine Form, die der Lidkrümmung entspricht. Falls die Wimpernrolle zu lange ist und über den Lidrand hinausragt, kürzen Sie diese vorher mit einer Schere. Ab jetzt, bis zum Ende der Behandlung, muss die Kundin die Augen geschlossen halten. Spannen Sie, falls nötig, das Augenlid mit den Fingern und setzen Sie die Wimpernrolle zuerst am inneren Lidrand ein.